So, gut. Weiter geht's mit meinem Playphone Gridfall. So, schauen wir mal, was wir jetzt dann angehen. Und zwar, wir wollten ja die Hauptquest weitermachen, soweit ich mich das richtig erinnern kann. Ähm, genau. Und ich wollte zu Fuß hinlaufen, ausnahmsweise. Weil wenn ich schon hier bin, weil der nächste Snellreisepunkt ist, ist sowieso arschweit weg. Also der ist nicht hier einfach um die Ecke, der ist etwas weiter weg. Dann, denke ich, habe ich mir gedacht, dann laufen wir gleich zum nächsten Questziel. Noch mal was mitnehmen, können wir nur brauchen. Hi. Hier. Ah, da hoch vermute ich mal. Ist korrekt. Ah, hier sind wir bei diesem... Ne, das ist ein anderes Lager. Ah, doch, nein, es ist dieses Lager. Stimmt. Da bin ich noch nie viel rumgelaufen. So, jetzt gehen wir mal da ein. Bin ich immer nur von da hinten hochgekommen. Und habe diesen Weg niemals auch nur betreten. Dieses Gebiet niemals auch nur betreten. Das finde ich lustig. Das finde ich mega lustig. Und Leiche. Ah, was haben wir hier? Wieder eine Notiz. Ja, Tagebuch eines Soldaten nur. Tagebuch seit eines Soldaten. Das komplette Tagebuch ist das. Außer kann ich wirklich viel schreiben, dann kann das schon sein. Ähm, eine Gruppe der Eingeborenen, die ich beobachten sollte, seit dem Wald. Trotz meiner Befehle habe ich es nicht gewagt, nur dort hinein zu folgen. Viel zu viele wilde Tiere herum. Ich frage mich, was diese Wilden bringt, ihr Leben im Wald zu riskieren. Kräke. Ah, weißt du was das? Entschuldigen Sie bitte. Dankeschön. So. Ah, herrlich. Ah, muss ich die ausschalten. Schade. Wahnsinn, die kommt extrem gut an, ohne mich klar. Das ist ein höheres Level, das zahlt sich schon aus, sieht man vor allem, dass ein Gefährten, die brauchen mich gar nicht. Die sind meistens schneller in den Gegenden fertig zu machen als ich selbst. Finde ich aber gut. Das macht sich bei Bosskämpfen extrem nützlich. Ah, ein Fähigkeitenpunkt. Ja, da ich jetzt ein, ich will aber sparen, ich brauche noch einen zweiten für das dann. Einen drei brauche ich. Na gut, na gut. So. Ich vermute mal, dass das hier wieder ein Dorf oder ein Lager ist. Laufen wir mal rüber. Und sehen es uns mal an. Hm. Ich könnte ja schnell reisen, ist das aber nicht mehr nötig. Lustig, muss ich hier links. Ah, ich weiß sogar schon, wer das Dorf das ist. Den Weg kenne ich ja schon. Ja, das Raum halt heute. Das ignorieren wir jetzt einfach mal gekannt. Hier links. Gut. 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 so zum Häuptling hoch zwar als Quatsch mehr quasi alle einzelnen Mitglieder Häuptlinge quasi auch wusste mit mir hochkönig finden können kann man mit der Hauptkiste auch schon ziemlich weiter Sie haben uns geholfen. Es ist nur recht, dass ich Sie wiederholfen. Die letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, wir waren in Dorhad-Genedu. Er wollte uns helfen, zu entscheiden, was wir tun sollten über Sie. Sie? Die Renekse. Deirdre und Bladnid wollte uns zu spüren Blut und dich aus unserer Lande. Ulan's words waren alle honey, wie es ihr Talent ist, und wollte uns zu willkommen Sie mit offen Armen. Ich versuchte, wie es meine Worte ist, zu folgen die Part der Wissen, das, was zwischen uns. Finbar war nicht überzeugt von uns. Er hat sich entschieden um eine viel größere Sorte der Wissen. Er hat uns zu gehen, um die Sanctuary zu sehen, Anonmiel Frichtimen. Wird er noch da sein? Ich glaube nicht. Der Wissen, der Wissen, muss sich die Angelegenheit in eine Richtung außerhalb unserer Verkaufung. Aber er würde nicht abandone seinen Menschen ohne ihn zu sehen, ohne ihn zuerst zu sehen, eine letzte Mal. Du sollst gehen nach Wenshavar. Vielleicht wissen sie dort, wo sie ihn finden würden. Danke, Dunkas. Gut, hört man das auch. So, weiter zum nächsten. War jetzt ja nicht so das mega spannende Gespräch da. Alle nach der Reihe abklappern. Schauen wir mal. So, Schauen wir mal. Was hat er, hat er etwas Neues Waffentechnisch. was für kurze helle bade ja stimmt ist eine helle bade von der spitze aber wenn es kurz ist ist es meistens eine axt aber okay es gibt nur inquisition wieder was denn hier los meine fresse da war ich noch nie wirklich gut dass die Fertigkeiten von dem auch nicht zuerst sind erstes Ziel das ist ein Ort wo ich vor noch nie war oh hi hi entschuldigen Sie bitte ich muss ja kurz nöderichtern naja bringt sie einfach um oh passt weiter aha so war kann ich darüber so klein da braucht man jetzt Gleichgewicht Level 1 Stärke Moment mal das habe ich ja gar nicht irgendwann aus dem Grund ist es freigeschalten gut vielleicht durch die Begleiter aber ja so ich würde gern zu diesem Dings jetzt da ich glaube da bin ich richtig schön verwinkelt versteckt ah so jetzt haben wir auch schon zwei Fertigkeiten Punkte bekommen das ist im nächsten Level Up kann ich das schon machen ähhhhh ich schaue mal einfach mal da her vielleicht kann ich da querfel einlaufen da gucken wir das einfach mal da ich würde sieht man mal da nicht so aus Hallo 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 Hi Oh, das hat sich jetzt nicht ohne den Marker geklappt. ich sollte leute befragen ist bestimmt ein paar spezielle die ich anquatschen können wir erwartet bestimmt ein zwei spezielle charaktere die ich anquatschen kann nur nachdem er fragen die dem hochkönig nahestehen im looking for high king vinbar i know that he disappeared after having visited the heart of the island but someone here in this village might know where he went after that if anyone knows it would be sarah but you will not find her here anything else would you know where i could find sarah she left to follow vinbar she wanted the mountains to take her as well what do you mean we don't know if renaikse could understand our high king is on all menawi and the donei god his bond with the mountain is very strong even stronger now that he speaks with the end on mill frichte man sarah knew that the mountain would take him back and she wanted the mountain to take her as well she went to attempt to bond herself to it she sought the cavern of knowledge we haven't seen her since she might have succeeded anything else ich würde sagen wir holen jetzt erstmal ein paar zusatzinformationen you must know the high king vinbar what can you tell me about him he was one of the greatest donei gada wise amongst the wise but the arrival of the renaikse troubled him he was afraid that you would be like the people of the sea he traveled the oil and far and wide saw the other kings and queens and consulted the other donei gada and then he spent more and more time speaking with n on mill frichte man he moved away from us until we hardly saw him at all anything else what can you tell me about you when shivar is a place of peace and meditation the troubles with the renaikse are far from here we weave feathers and we do not interfere with the problems on the planes it seems strange that one of your own became high king it was because of his wisdom that he was chosen in a time but those from the far away islands were not yet here anything else you seem to be close to them could you tell me about her she is my friend she is a great warrior one of the village's greatest protectors but her love for vimbar is stronger than our friendship and stronger than her duties to the village i am afraid for her renaikse afraid of what she might do in order not to lose him because she is untamable and when she makes her mind about something she does not change it anything else? where is this cavern of knowledge located? we don't know the caverns of knowledge are the concern of the Donegada anything else? thank you for your help thank you for your help where I will ask you ok ok ranaikse leave me be ranaikse i do not want to talk i would like for all of these people to leave our island this is not their home you ach ja mir oh geil oh nein ich komme nicht ran ich komme nicht ran Gott hm 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 der vielleicht doch ich hab das suchgebiet bereitzulassen Aber ich sehe da doch einen auf der Map. Da oben. Birt Tiotumad, an Almanawi. Esquettu. Hello. I'm sorry, but I do not speak your language. Really? Then you are a renaixer. I have never met one with the bombing. Might I do something for you? Ähm, nach den Fragen, die den Hochkönig nahe stehen. The high king of Teafredi. And I was told that he was born in this village. He disappeared after visiting the heart of the island. But I was hoping someone here might know where he's hiding. You should speak with Sarah. She is the companion of our king. Where might I find her? I do not know. She left the village and I have not seen her in several days. Anything else? I heard talk about a cavern of knowledge. It is a place where the Donegada go. Within the earth. They hear the voices of those that went before them. And they learn. There are some on Teafredi. The closest to our village is found to the northeast of here. But the entrance is sealed. Hidden. It is a sacred place. A place for only the Donegada. Anything else? Goodbye. What hour and a second. It is the worst again. It is open. There residing. Hi, why are we at some point daddy? I have to say that a qalaxyсе. There... JustID is. There... Put a rifle in here... Okay so... Well... What it was... In the summer... Uhm... A few times left as well. saying they exactly... A few times totsimple... Oh, die sind ja süß. Ich laufe immer wieder ganz schnell dran vorbei. Hallo. Tschüss. Ich kann nicht mehr auf den Felsen raufgehen. Oh, die muss ich jetzt ausschalten. Ah, war mein Schuss jetzt umsonst? Ach, nix. Kleinen Haltrang reinpfeifen. Kleinen Haltrang reinpfeifen. Ein etwas längerer Weg zu der Höhle, aber gut. Das passt schon. Ja, nice. Fuchs. Ich versuche direkt ran zu gehen. Das war's. Das ist ein Schuss. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. This savage beast we have here, do we even know if it speaks our language? Leave us! You will eventually tell us how you found your way into that grotto. Your defiance is only prolonging the inevitable. You remind me of that rat my master was studying. The creature used all of its fire in an effort to escape. Scratching, twisting, refusing to understand that the cage holding it was its only remaining world. It had everything it could ever need, but it wouldn't stop looking for a way out. Even though its fate was now sealed to serve science. Its animal instinct drove it to flee. It had strangled itself between the bars of its own cage in a final futile attempt to escape. It was an enormous beast and very clever. If it had simply relented, it could have lived peacefully for many years. Instead of that? Can you not go between them? Ah, I'm standing there again. Why not? These monsters are torturing her. Come, we must set her free. If we act now, we'll certainly have to fight them. But if we wait until nightfall, we should be able to set her free discreetly. It's your decision. No way in the way. I'll wait until the night comes to break. No way in the way. No way in the way. No way in the way. Ah, that's why there is a lager. So, I can, as I can, I can. Hello Fuchs. No, you're Freddy Fuchs. So, hier. Bis zur Nacht. Also, dann ist leider das Telefon. Ich hasse das. So. Ah, jetzt muss ich mir das mal anschauen. So den Weg runter, hoffentlich. Sonst muss ich da hinten rumgehen. So. Das sollte der richtige Weg sein. Wenn nicht, laufen wir noch. Es bringt Pressemusik an, es schleichen. Gut. Was soll man da an trinken? Ich habe noch so einen Nebeltrank. Ähm. Der macht mich etwas schwerer, sehbarer. Für die... Feinde. Schauen wir mal. Ich gehe jetzt mal direkt da runter. Sieht's denn da aus? Okay, ich muss hinten rumgehen. 60 Minuten lang bin ich schwer sehbar für die. Das Ding kann ich jetzt ausschalten. Wenn er stehen bleibt. Jetzt nehmen wir alles mit. Ah, da ist noch einer. Da bleibt er noch stehen. Ja, bleibt doch länger stehen. Oh, drehe ich jetzt bloß nicht um. Dreh dich nicht um, habe ich gesagt. Das ist ja gut funktioniert und ich habe ein besseres, geil. Ich habe ein besseres Gewerfe einer meiner Gefährten gefunden, das ist es nicht gut. Dann schleichen wir mal runter. Da schlafen welche hier mit dran. Und dann schlafen. Okay. Dann schlafen wir mal runter. Dann schlafen wir schnellen. Okay. So, das ist das. Du hast auch. Ich schlafen. So, das ist nicht so. Das ist nicht so. You alone could tell us where to find High King Vinbar. I wish I knew where he was right now. He bid me farewell weeks ago, and he has not returned. I waited a long time, and then I came here to enter into the Cavern of Knowledge. You believe this is where he's hiding? No. But he came here often before he disappeared. I'm hoping to find answers. You saved me. And so I must help you as well. You may come with me. Let's try it with our bloodshed. We must get you to a safe place. Aber noch falsch. Na, dann gehen wir den gleichen Weg zurück, weil da habe ich ja schon alle umgebracht. Für den Weg dürfte es ja kein Problem mehr sein. Na, dann gehen wir den Weg zurück. No-n wildly close! No-no! No-no! Gut, hätten wir das geschafft. Dann verfolgen wir die Dame mal kurz in die Höhle. Hier ist die Entrance zu der Cavern of Knowledge. Ich hoffe, dass Vinh Bar hat eine Klühe an, wo er ging. Ich habe etwas, was ich behauptet. Ist es dein Willen, um ihn zu sein? Er ist mein Munundanem. Das bedeutet, derjenige, der meine Meinung in deinem Sprache. Wir müssen uns zusammen. Ich verstehe. Aber warum schützen Sie die Entrance zu der Cavern? Die Caverns von Knowledge sind wirklich sacred. Nur die Dene Gade haben das Recht zu gehen. Aber du bist nicht ein Dene Gade. Ist das richtig? Ich bin nicht. Aber ich muss gehen, in spite of alles. Und seit du mir geholfen kannst, kannst du auch gehen. Auch wenn ich nicht sicher bin, dass ich dich vertraue. Denn du hast gewonnen, diese Leute zu kämpfen. Erinnerst dich, dass diese Ehre ist großartig. Und ich empfehle dich. Ich empfehle dich. Oh ja. Put your fears to rest. We have not come to defile this sacred place. How do we enter? Allow me. I have seen Vinbar make these movements so many times. Oha. Oha. Jetzt gleich weiter. Kurt, steckt dein Schwert weg. Jetzt darf ich reingehen. Hey. Ah, ich hab ein Level up. Das Level up. Mehr ich noch vor und noch nutzen. Also sei ich endlich genug. Ähm. Nein, zuerst das jetzt kann ich endlich. Hier freischalten. Bombe. Habt's falsch. Und ich hab hier was freischalten? Gut, Charisma, Intuition, das habe ich alle schon. Hm, was sollen wir jetzt machen? Wissenschaft, Handwerk oder Stärke. Schlossknacken würde ich gerne machen. Dann hängen wir mich auf drei durch die eine Verbesserung, die ich habe. Dann kann ich nämlich auch mehr Sachen öffnen, die ich schon gefunden habe. Vor allem in der Stadt Monseren ist auch noch diese eine Truhe. Und als nächstes kann ich mich dann wirklich auf Stärke, Handwerk und Wissenschaft, auf die Sachen mal konzentrieren. Ich finde gut, 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 weil ich glaube, wenigstens mehr noch ein Level, ein paar Level-Absfälle noch kommen. So, jetzt mal kurz rein. Technik, wo wir uns? Aktionen. Ah, Bombe. Weißen. Und fix. Gut. Ich kann nicht Bomben werfen. Finde ich irrsinnig gut. Eine neue Fähigkeit, eine Bombe habe ich. Gibt es hier was? Nein. Ah, wieder eine Malerei, eine gewöhnliche. Schauen wir uns die mal an. Oh. Es sieht aus, als ob er durch die Skye geht, nach dem Volk. Der Gesicht hat auf dem Volk. Der Gehirn der Mountain. Mein Herz hat mich nicht beschädigt. Wimbar hat sich bereitgestellt, um die Enon-Mil-Frichtimäne zu sein. Ist das warum du hier kamst? Um diese Überlegung zu erkennen? Um zu verstehen, ja. Als die Jahre passen, mein Minundanem wurde mehr und mehr entfernt von mir. Ich dachte, es war erstmals für seine Status, und die Invasion der Ranaikse. Aber jetzt sehe ich, dass er die Anon-Mil-Frichtimäne hörte. Er hatte keine Chance, aber zu antworten. Oh, Wimbar! Warum hast du das nicht mit mir? Da war er. Weiter geht's. Da-la. Eine kleine Klettertour. Juhu. Und der Schwertgesundung stimmt mit dem nicht. Ich weiß, es ist ein Backer oder ein Grafikfehler. Da. Die Grafikfehler ist ein Backer, das sich nicht wegstecken. Grafikfehler. Oh, schön. Der Chternachvogel. The Sinolmenawi bind them to a specific place, and in return they become the Guardians. But how could a Guardian of the Plains resemble a Guardian of the Mountains? Do you believe that Vinbar is readying himself to undergo this transformation? I thought it was a very slow process. For some, it takes years. At least this is what is said. For others, it might take place the very moment when Donegad surrenders to Enon Milfruchtemann. I hope only to have the time to bid him farewell. Given how well hidden this seed was, it must open an important passage. All we have to do is find out which. Das wird so nach der Reihe wahrscheinlich jetzt laufen. Ah, wieder was? It seems to show a doorway into the mountain. This door appears to be in front of a circle of stone. There are two altars and two seats. The Donegada seal certain sacred places with the root doors. Yes, I've run into similar barriers. It's all a matter of finding the right seed. But here, there are two that seem to be different. For one, the flower motif seem to indicate which plant is required. This is possible. The Caverns of Knowledge are used to initiate and transmit the knowledge of the Donegada. This painting must teach the younger how to reach the sacred place where they will bind themselves. In that case, shouldn't there be an illustration of the second plant? The Initiates also learn by listening to their masters. Hmm. On this one we see a sacred site with raised stones. And behind the face of the volcano, we also see the path that leads there. Like some sort of schematic. This must certainly be the path the young apprentices must walk. And the Donegada that are prepared to surrender themselves to enonmilfrichtmen. Do you recognize the place where the entrance can be found? I think so. It looks like the grotto that lies to the northwest of our village. We've learned from studying these paintings we should be able to find Vinbar. I just hope there's still enough of him left to answer us. And that Constantine is with him. And that he is still alive. Who is Constantine? Or he thought you were looking for Vinbar? I seek them both. I had hoped that Vinbar would help me enter the Sanctuary of Dorhad Genedu. But I learned from the Tyerna Hach Kadachtas that he took my cousin. The Tyerna told you this? And so you seek to avenge him? No. Only to save my cousin and try to understand why. None of what you say makes sense. Why would Vinbar take your cousin? I... I don't understand. Why... My head spins. I need to breathe fresh air. I shall await you outside. Please, go ahead. We will join you soon. I ever shouldn't have let this woman leave on her own. Sarah is upset, and I don't think that she trusts us. We should hurry and catch up to her. I shouldn't have told her about Constantine. She must have thought we wanted to kill her husband. This door is locked. Sarah has put us in a very tricky situation. She did not want us to find Vinbar. Come, these caves often have several exits. I'll go to the 720p. I'll give the Nein, das ist nichts. Sieht schon mal nicht so schlecht aus. Ich vertraue dem Ganzen aber nicht so. Dass das so offen ist hier. Das sieht aber safe aus. Okay. Kein Wächter oder sowas. Ich habe damit gerechnet. Finde den Pfad in die Berge. Ja, dann gehen wir gleich weiter. Das ist gut. Dann können wir gleich mit der Hauptwässer nicht recht gut weiter. Zügig weitergehen. Daug mir, Leute. Jetzt haben wir das mal. Bin mal gespannt, wie lange wir noch haben. Das ist ein Lager, oder? Nein. Doch. Das ist ein Lager von mir. Nein, das ist kein Lager von mir. Das ist das andere System. Was ist das? Was ist das? Fallen. Mal ganz kurz auf die Map gucken. Ich muss dann den Fallen vorbei, weil da hinten ist das ganz so, okay. Die Dorn ist so zügig, wie ich jetzt gedacht hätte. Ich hätte gedacht, ich brauche ja nur rechts laufen. Dabei muss ich da jetzt außen rumlaufen. Oh, um die da. Jetzt sollte der korrekte Weg sein. Jetzt bin ich hier. Da hinten ist mein Lager. Sehr gut. So, Gefährten noch mal ganz kurz was sammeln. Mal kurz abchecken. Ist bei wen Ruf zeigen, um drauf? Nein. Es gibt bei keinem eine Quest. Ich würde kurz ins Lager schauen. Da habe ich noch was Neues bekommen. Die üblichen Verdächtigen. Aber mir fällt noch was anderes ein, was ich machen kann. Und zwar von der Ausrüstung her. Wo ist sie denn? Da haben wir da jetzt ein besseres Gewehr für sie. Ja, nur minimal besser. Die Bedäubung ist besser, aber es ist ein besseres Gewehr. Es bekommt ja ein besseres Gewehr. So. So, mal ganz kurz die Map checken. Okay, ich muss dann hier eigentlich nur rechts gehen. Sollte es passen noch mal einen Weg. Lachen wir mal da runter. Das nehmen wir mit. Kann man immer brauchen. Noch was? Ja. Na, den Weg kennen wir schon. Vorne muss ich dann rechts. Genau, da ich hier schlagen. Da unten sind die anderen, die ich ignorieren werde, wieder. Noch nicht. Genau, und sie dann rechts. Hi Leute, wie geht's euch? Und da muss ich auch rechts. Da haue ich mir hier einen Marker rein. Wenn ich da rechts gehe, nicht vorbeilaufe. Grüß euch. Hallo. Ja. Ja. Hey. Weg von mir. Genau, da links war der Fertigkeitenbaum. Und da geht's dann weiter hoch auf den Berg. Ah. Ein Wolfshark, wie ich sie nenne. Hallo. Hallo. Ich mag ja vom Design her am meisten von allen Gerednern, weil sie einfach diese Idee, dieses Bären- oder Wolfs-ähnlichen Körper mit einem Haikopf, finde ich geil. Hey, da gibt's wieder ein Questgegenstand. Was haben wir da? Nachricht von einem Mitglied von Professor Seraphidins Expedition. Okay. Diese Kreaturen sind, als mein Kamerad und ich versuchten, eine Mauer zu erklimmern, trifft uns einer dieser großen, geflügelten Bestien an. Okay, von der habe ich noch keine gesehen. Sie schwang mit riesen Schwang ein riesiges Schwert und ich trennte damit das Seil. Okay. Ähm, das meine Kameraden hielt. Vielleicht hätte ich es mit einer Waffe verhindert. Aber so könnte ich nur machtlos zusehen, wie meine Freunde tüssen. Verflucht wäre diese Expedition. Ah, da wären wir jetzt diesen Ein-Gegner-Typen, was wir schon mal gesehen haben in der Arena. Die kommen hier jetzt als normales Sonderkirchen durch. Wir sind in der Cave of Knowledge. Vimbar muss die Passage in die Sanctuary haben. Okay, da ist noch keiner was dazu zu sagen. Dann nehmen wir das mit. Ich vermute, wir müssen da rein, ja. Ah, okay. Hm, da sind wir hier jetzt gelandet. Okay. Ich kann mich nur mit richtigen Fertigkeiten rüber. Schauen wir uns mal um. Okay. Kleidung, die ich nicht brauchen kann. Versuchen wir mal hier rüber zu gehen. Vorhin hat es ja funktioniert. Sollte jetzt auch wieder gehen. Das geht jetzt auch wieder. Aus irgendeinem Grund habe ich irgendwoher jetzt einen Stärke-Wert erhalten. Hopp. Muss ich so schön aufmachen. Wenig Munition. Gut. Ich probiere jetzt mal eine Bombe. Oh, das ist ja cool. Ich werfe quasi in einen explosiven Gegenstand und er schießt drauf. Das ist ja mega cool. Das ist ja eins. Also... Okay, das ist ein Rückweg quasi. Scheiße, weil die da von anderen Seiten wieder herkommen. Oder da laufst spät in den Leiter auf. Was knurrt denn da schon wieder? Fitness raus. Der Erz. Ich bin hier an dem vorbei. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ich muss nicht immer alles umbringen. Wenn ich gelinget habe, es nichts zu tun, tue ich es auch nicht. Ich mag das nicht, Tiere zu töten im Computer spielen. Das ist meistens so unnötig. Ja, gut. Das Problem haben, kann ich sogar lösen. Darum habe ich mir das da immer angefertigt. Mal kurz reinschleichen. Sicher, sicher. Okay. Mhm. Ich will schnell wieder umziehen. Oh. Oh, ja. Genau mit sowas habe ich gerechnet. Es gibt rechts und links einen Weg. Schauen wir mal, ob wir auf den gleichen Pfad führen. Gehen wir den rechten Pfad lang. Oh, fuck, fuck, was bist du denn? Okay, ich gehe den anderen weg. Ah, okay. Also, die bessere Wahl ist der jetzt auch nicht, sage ich mal, glaube ich. Da kann ich auch nicht mehr zurück jetzt. Ich muss sonst weiter. Nein, nein, da ist da eine spezielle Gegner nicht. Ich glaube, ich umgehe jetzt einen stärkeren Gegner. Aber da habe ich jetzt da... ...auch nicht wirklich für eine Abkürzung, sage ich mal. Na ja, gut, so muss man. Hi. Storm der Krasse, ja, ja. Okay. Komme ich an die vorbei? Ich muss mal kurz die Map anschauen. Ich vermute mal, dass ich da... Oh, nein. Oh, nein, das geht mal. Oh, nein, da kann ich nicht mehr. Hallo. In der Marker ist... Auch eine Abstimmung, egal. Ah, da muss ich halt Tonaline einsetzen. Ah, fuck. Fuck, 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 das werden halt einfach annehmen. Ah, fuck. Weg, 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 weg. Ups, das war jetzt ein wenig unterschätzt, der Gegner. Das war jetzt von mir ein kleiner Fehler. So, wenn ich den etwas unterschätzt... Das weiß ich, ich hab nicht mitbekommen, dass man Adrenalin braucht für... ähm... seine Waffen. Hi. Hi. Er läuft da oben rum. Lass noch nicht. Ops. Guck mal da runter. Hey, ich glaub, das ist sogar der richtige Weg. Nice. Okay, das andere, was ist das andere dann für ein Weg? So, der führt eigentlich quasi im Kreis. Das wäre so ein Umweg gewesen. Weder gibt's dann einen tollen Gegenstand oder nicht. Aber ich glaub... Hoppala. Noch war abgestürzt, aber ich glaub, das ist eigentlich ein guter Platz hier. Wenn's weitergeht. Wo geht's von da lang? Hm. Das ist auch noch... So. So. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Können wir mal ganz kurz zum Händler gucken. So, kleidungstechnisch hat sich nichts verändert. Immer noch die Inquisitionssachen, die besten. Wenn ich Munition noch kaufen, wenn ich Halt reinke, damit das auch wieder lauft. Hm. Großer Zorndrang. Nehme ich jetzt auch mal ein paar mit. Was denn schon? Gegengriff. Was haben wir denn noch? Nebeltrank. Großer Nebeltrank ist nicht vorhanden. Nein. Nö. Schade. Gut. Laufen wir auch mal weiter. Schön. Echt schön. Da haben sie sich Mühe gegeben. Nice. Oh, es ist jetzt wieder schöner. Hier ist echt wesentlich schöner wieder wie vorher. Dann beeilen wir uns mal, wenn es so dringend ist. Ich bin mal gespannt. Könnte sein, dass wir die Quest heute abschließen. Aber die haben uns öfter schon aufs Auge getrunken. Die Reise ist noch lang. Wo sind da Riesenfedern? Ich seh keine Riesenfedern. Wo? Wo? Wo sind hier Riesenfedern? Äh. Hm. Ich seh die Dinger nicht. Ich seh doch nichts. Ist egal. Wir wissen ja, was passieren wird oder worum es hier geht. Wir wissen ja schon, wie der finale Boss aussehen wird. Ah, na toll. Ich seh die Dinger nicht. 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 Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Gut. So, jetzt probieren wir das mal wieder. Wow. Nice. Gut. Hätten wir das. Ich liebe diese Waffengartung einfach. Das fette Preitschwert ist und bleibt mein Favorite. Trage ich auch meistens in, ähm. Was allen Arten von Rücken spielen, okay. Das zeiten wir das auch. Was hier jetzt, als jetzt aufgeläuchtet, als als Quest so nicht. Garant. Oh, jetzt kann ich das mit der Flirten. Ich bin ja mitten in der Hauptquest, das passt mir gerade gar nicht. Bis später noch eine ruhige Phase, wo ich quasi das machen kann, aber jetzt würde ich gerne hier die Quest weitermachen. So. Ein Horn medallieren. Schau mal, ist das Sisi was nützlich ist? Ne, falsch. Die Bedienung von diesem Menü. Ne. Und da. Heilungskette. Mal kurz die Map begutachten. Geht's weiter, da ist auch ein Fragezeichen. Lagerbereich. Nein. Gut. Da ist auch ein Lager, da kann man nochmal eins vorbereiten. Ich glaube, das wird hier eher der Weg. Wo sieht der die Federn? Das ist ihre... Das... Ah, da sind die blutigen Federn, okay. Ich steh schon. Ich will das mal, dass ich sie erkannt habe, auch als das, was sie sein sollen. Da kann ich jetzt nicht hoch, oder? Ja. Well, we're on the right trail. I need a bit of practice. Nee. Da komme ich nicht hin so schnell. Das fällt mir die passenden Levels dafür. Schade. Es ist schade, wenn das Spiel es einem so macht, aber gut. Ist leider so, man muss sich immer entscheiden. Gut, hier kann ich ein Lager aufschlagen. Das ist ja gut. Jetzt habe ich mal kurz meine Gefährten und ich führe jetzt mal ein Gespräch mit ihr. Das würde ich gerne noch machen. Wir gehen mal die ganzen Sachen mal abklären mit ihr. Warum sind Sie und Ihre Sohne so unterschiedlich? Wenn Sie sprechen über physische Unterschiede, der Linken zu dem Fakt ist, ist nicht an Al-Manawi. Wenn wir klein waren, wir waren perfekt identisch. Aber unsere Tempere waren immer anders. Was Kind of Kind warst du? Ich glaube, ich war sehr... ...cureus und studieus. Ich liebte, wenn mein Vater mir die Nähmung von ein paar Plänen ... und wie sie können sich benutzen. Und Sie haben nicht verändert. Ist das nicht aus der gleichen Worte, die Sie mich verfolgen haben? Erstens, vielleicht. Aber je mehr ich Sie, ... ... ... ... ... oder Eifel ein Teil der Riesens zu stehen in den ersten um das ist vor wie bekommst du den Eger der Jürgen und wenn man es noch nicht tun wird wird noch und still habe noch zu diskriminieren bei Jürgen wir sagen dass du hier noch viel beibringen kannst ich bin nicht Wir sagen, dass du froh bist, dass sie noch eine Weile bleibt. Wir sagen, dass du verstehen würdest, wenn sie ihren Leuten helfen würde. Ich nehme das mit, aber das erste ist so ein billiger Anmachspruch. Nämlich nicht. Das wär's dann. Na gut, mit dem Rest muss ich jetzt nicht quatschen. Jetzt wollte ich mit ihr das Gespräch hier noch abklären. Machen wir mal die Quiz-Werter. Worum ist er jetzt da? Nee, ich bleib bei der Mannschaft. Ich weiß eh schon wahrscheinlich, wie man da reinkommt. So. Checken wir mal den Quest-Log noch ab. Stimmen des Todes. Betritt Windbos Heiligtum. Findet den Weg, die Tür aus der Wurzel zu öffnen. Na klar, da muss ich dann hier wieder was einsetzen. Im Moment lässt er mir das nicht zu. Aber muss ich klar was machen. Das ist das Windbos Sanctuary. Aber es ist obstructed. Er weiß, wie er seine Haus schützen kann. Ja, genau, jetzt sind wir da. So, damit das einfach schon etwas spannender wird, machen wir eine kleine Pause. Genau, bleiben wir gleich hier stehen, damit alle nicht gleich wissen, wie. Das heißt, wir machen hier jetzt eine kleine Pause. Es geht gleich weiter. Das heißt, Lifstream bitte dranbleiben. Alles wieder im Nachhinein anschauen als Let's Play. Okay, es geht gleich weiter. Ich werde das alles eh am Stück hochladen. Also wenn das fertig ist, ist das andere Video auch schon draußen. Ich schaue immer auf den Bildschirm und nicht auf die Kamera. Ich werde ein guter Schauspieler. Ich schaue nie in die Kamera, wenn ich mit der Kamera spreche. Wohl, naja. So, das war es jetzt mal. Wir machen hier jetzt mal eine Pause. Ich sage, dranbleiben, Leute. Bald gleich geht es weiter. Bitte nicht vergessen. Und, ja, ich bin gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Und ob man es auch nach dem Beenden der Hauptquests ausschalten kann. Ich will auch nicht zu viel versprechen, dass wir jetzt die Hauptquests abschließen. Kann sein, dass es wieder nur noch ein paar Quests weitergeht. Jetzt, man weiß ja nie. Gut. Aber im Idealfall, im nächsten Let's, wenn es weitergeht nach der Pause, machen wir weit. Schick ab. Jetzt aber höre ich auf, ewig lang vor mich hin zu quatschen. Lange Rede, kurze Sinn. Ciao, Leute. Gleich geht es weiter. Ciao.